hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem kanal wir spielen noch marvel lego avengers und das ist der schluss von der mission die missionen sind ja brutal die sind ja wirklich ewig lang ich habe jetzt aus einer mission das ist die zweite die mission heißt hydra am zug und aus der einen mission hydra am zug habe ich jetzt vier videos machen müssen also alles um die 15 minuten das ist in 1080p dann kann wir wollen euch ja nicht hier mit gibt pixel stören wenn ihr das anschaut und dann sollte wenigstens die grafik fassen und das dazu wir werden jetzt ein video machen eine mischung gehört zwittergrund ein bisschen mischung lego assassin's creed das wäre doch mal ein lego in der folge davor habe ich geredet was wird wohl aus dex kommen aber ich finde die musik passt brutal ein assassin's creed lego das wäre es ja also ich habe hier noch liegen assassin's creed syndicate habe noch gar nicht reingeschaut das läuft bei mir noch überhaupt nicht zurzeit spiele ich einfach noch ein bisschen division und borderlands immer noch oder und ja ein bisschen black ops 3 aber das hat doch was also ich wünsche was heißt ich wünsche ich hoffe es gefällt euch und ja genießt lego marvel avengers mit assassin's creed musik ja der vorschlag das wäre es doch ein lego assassin's creed ich hoffe euch gefällt es habt viel spaß ciao euer wookie dann tut euch was nötig ist ich bleibe bis zum ende an deiner seite wenn wir den zeitpunkt verfehlen was das mit uns besser keine zeit verlieren diesmal wird es bestimmt funktionieren captain rogers bitte kommen immer noch nicht schade versuchen sie an die spitze des zuges zu gelangen dieses mal wird ihnen an ihm solar nicht entkommen laut unseren informationen befindet sich so nach vorne im zug wir brauchen ihn wenn wir red skull schnappen möchten eindringlinge an bord entdeckt verteidigungen aktiviert allemann auf gefechtsstation kombo besucht Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? 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 Was?